Entmutigt durch die fehlende Anerkennung meiner Leistung hielt ich vor dem Willard, wo sich sogleich ein neues Problem offenbarte. Würden sie uns hereinlassen? Wir, insbesondere ich, hatten wenig Ähnlichkeit mit dem wohlriechenden Stammgästen, die in schicken Hotels einkehren. Rein äußerlich glich ich einem grün und blau geschlagenem Wrack. Meine Hände waren zwei graue Klumpen aus Öl und Schmutz, und mein Gesicht passte zu einem verwegenen Schornsteinfeger. Auch Zelda war mit Staub behaftet und, gemessen an ihren eigenen weiblichen Maßstäben, noch weit weniger vorzeigbar als ich. Ich nahm all unseren Mut zusammen, um unter den verächtlichen Blicken des Türstehers aus dem Rolling Junk zu steigen und ins Hotel einzutreten. Einzutreten? Hineinzueilen wäre das passendere Wort. Wir hasteten durch die Lobby wie Verbrecher auf der Flucht, drängten uns gewaltsam der Aufmerksamkeit eines überrumpelten Hotelportiers auf und ließen einen Schwall Entschuldigungen vom Stapel. Wir machen eine Flitz, ich meine Spritztour, rief ich leidenschaftlich. Sind von Connecticut runtergespritzt? Ich meine geflitzt. Wir wollen ein Zimmer mit Bad. Wir brauchen unbedingt eines mit Bad. Ich dachte, ich müsste ihm dringend verdeutlichen, dass wir nicht zur großen Schar der ungewaschenen zählten und dass unter diesen Schmutzkokons durch ein wenig heißes Wasser bald zwei prächtige Schmetterlinge hervorkommen würden. Er begann in einem Gästebuch zu blättern. Ich spürte, dass mir Nachdruck vonnöten war. Mein Expenso steht draußen. Mein Expenso. Ich ließ ihm Zeit, die Vorstellung von grenzenlosem Reichtum mit dem Bild eines Expenso in Verbindung zu bringen und fügte dann hinzu. Gibt es eine Werkstatt in Washington? Ich meine, ist eine in der Nähe? Nein, nicht im Hotel, sondern nahebei. Verstehen Sie, mein … Er blickte auf und sah mich gleichgültig an. Ich zwang mein Gesicht zu einem versöhnlichen Grinsen. Dann rief er nach einem Pagen und wir machten uns bereit, gewaltsam vor die Tür gesetzt zu werden. Doch als er sprach, klangen seine Worte wie ein Segen. »Einundzwanzig, siebenundzwanzig«, sagte er unaufgeregt. »Werkstatt einen Block weiter und einen um die Ecke. Sie nehmen alle Wagentypen.« Ich lehnte mich hastig über die Theke und schüttelte ihm die Hand.